Kommen wir zu einer Tat, die sich gerade erst am vergangenen Freitag abgespielt hat. Wieder gab es einen antisemitischen Übergriff, diesmal gegen den Rabbiner Jehuda Teichtal. Er wurde von zwei Männern auf Deutsch und Arabisch beschimpft. Es traf damit ausgerechnet einen, der sich immer für Toleranz eingesetzt hat. Und es traf in dem Moment auch einen Vater mit seinem Kind. Es ist in der Nähe einer Synagoge in Wilmersdorf passiert. Wo genau, das sollen wir nicht zeigen. Aus Sicherheitsgründen. Rabbiner Jehuda Teichtal ist mit seinem Sohn unterwegs, als ihn zwei Männer aus einem Fenster heraus beleidigen und bespucken. Es war eine bestimmte Aggression, dadurch, dass es zwar nicht nur eine verbale Attacke, aber auch durch diese Bespuckung eine sehr uneingenehme Situation. Teichtal ist eine bekannter Persönlichkeit in Berlin, tritt öffentlich auf, immer sichtbar als Rabbiner. Er kennt verbale Anfeindungen, doch die Aggressivität der Männer sei erschreckend gewesen und neu. Auf diese Art und Weise, nicht nur eine verbale Attacke, sondern so eine Attacke ist wirklich zum ersten Mal mir persönlich passiert. Und ich bin seit 23 Jahren hier. Und wir sind hier zu bleiben. Nach dem Übergriff wendet sich Teichtal an Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Der Verein hat sich darauf spezialisiert, Opfern antisemitischer Gewalt und Hetze zu helfen, auch anonym. Unsere aktuellen Zahlen zeigen tatsächlich für Berlin vor allem eine erschreckende Zunahme der Verrotenform, also Angriffe und Bedrohungen. Diese Vorfälle sind direkter geworden. Die treffen häufiger Juden und Jüdinnen auch in unserer Stadt. Fälle wie das Mobbing jüdischer Kinder an der JFK-Schule in Zehendorf. Aber es geht nur ums Geld bei euch. Bei euch geht nur ums Geld. Die Beleidigung eines Restaurantbesitzers in Schöneberg oder der Angriff auf einen Mann mit Kippa. Ein spezifisches Täterprofil gibt es aber nicht, was es den Opfern schwer macht, gefährliche Situationen zu erkennen. Doch egal aus welcher Richtung Antisemitismus kommt, Jehuda Teichtal will sich nicht einschüchtern lassen. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sind gute Menschen, brauchen aber manchmal mehr Zivilcourage. Wir müssen wissen, dass niemand Außenstehender ist. Das betrifft nicht nur Juden. Der, was Juden attackiert, attackiert alle Menschen, die die Demokratie schätzen. Lorenz Korgel ist jetzt bei uns, der erste Berliner Antisemitismusbeauftragte. Schön, dass Sie da sind, Herr Korgel. Das sind ja Fälle, die uns als Deutsche und uns auch als Berliner besonders betroffen machen. Aber können Sie das mal in Zahlen ganz sachlich ausdrücken? Haben die Zahlen zugenommen antisemitischer Übergriffe bzw. gab es da eine Steigerung? Ja, Antisemitismus ist schon seit mehreren Jahren ein großes Problem in Berlin. Wir haben ungefähr 1000 Fälle, die einer zivilgesellschaftlichen Meldestelle, der Meldestelle RIAS, gemeldet werden im Jahr. Diese Meldungen kommen aus der jüdischen Community oftmals selbst. Dann haben wir polizeiliche Zahlen. Das sind etwa 320 Fälle pro Jahr. Das sind ja schon gewaltige Unterschiede. 700 Fälle, Unterschiede. Wie kommst du zu dieser Lücke? Diese Lücke erklärt sich aus unterschiedlichen Erfassungssystemen, die beide Stellen haben. Die zivilgesellschaftliche Stelle hat andere Zugänge auch nochmal zur Community. Und die Polizei hat wiederum eigene Erfassungskriterien. Oftmals ist es aber auch so, dass die Betroffenen möglicherweise den Fall für nicht relevant genug erachten oder aus anderen Gründen vielleicht auch schlechter Erfahrungen den Gang zur Polizei scheuen. Also die Dunkelziffer dürfte da auf jeden Fall auch noch ein bisschen höher sein. Wir haben jetzt in diesem Fall des Rabbinas sozusagen vom Freitag erfahren, dass er auf Arabisch auch beschimpft worden ist. Das liegt jetzt den Verdacht nahe, dass die Täter aus einem Kulturkreis kommen, wo der Antisemitismus eben auch tief verwurzelt ist. Und das nähert einen Vorwurf, den wir immer wieder hören, nämlich diese Vorfälle kommen vor allen Dingen aus der muslimischen Richtung, aus der Richtung der Zugewanderten. Können Sie das bestätigen? Also die Fälle kommen aus allen Richtungen. Wir haben rechtsextreme Motivationen. Wir haben aber auch arabischen Nationalismus oder islamistische Motivationen dabei. Wir sollten schon darauf achten, Antisemitismus ist ein tief verwurzeltes Problem und in unserer Gesellschaft seit mehr als tausend Jahren vorhanden. Entsprechend ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem. Natürlich ist es so, dass in vielen arabischen Ländern Antisemitismus auch zur Staatsdoktrin gehört. Das heißt, schon junge Menschen wird dort Antisemitismus beigebracht. Und das ist natürlich auch so, dass sie Vorurteile und Stereotype mit hierher bringen. Das muss man offen thematisieren, das kann man thematisieren, aber dann entsprechend auch bearbeiten. Okay, aber nichtsdestotrotz würden Sie sagen, es ist eher ein Problem der Mitte der Gesellschaft oder der extremistischen Ränder? Ich würde das gar nicht so einer bestimmten Richtung zuweisen wollen. Betroffene von Antisemitismus, insbesondere von gewalttätigen Attacken, sagen, dass es eben auch arabischsprachige Menschen sind, die sie angreifen. Das muss man ernst nehmen. Aber die Zahlen zeigen, wir haben in allen Spektren eigentlich Vorfälle. Und insofern ist es eigentlich falsch, nur einem bestimmten Spektrum das Problem zuzuweisen, weil man dann möglicherweise auch aktuelle Entwicklungen gar nicht mitbekommt. In Sachen Antisemitismus lohnt sich also ein breiterer Blick auf die Gesellschaft. Vielen Dank für diese Einschätzung, Lorenz Korgel. Danke. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.